Was geht's? Heute mal wieder ein bisschen Stuff zum Traden. Ich habe halt also ja jetzt im Moment nur halt ein Deck zu traden. Also ich finde das wirklich ziemlich geil. Ich habe es auch gerade selber neu. Das Deck. Also das Riot Deck hier. Aber weil ich das, weil ich jetzt steht ja bald Weihnachten vorne und ich feiere jetzt dieswochen an der Blackroll-Restow und da kriege ich wirklich ganz schön viel Kohle mit. Also das ist eigentlich schon sowieso ein Weihnachtsgeschenk, aber ich kriege ja noch mehr. Also da kriege ich wirklich richtig viel Kohle mit. Und dann kaufe ich mir auch schon ein paar Complets und ein paar Mumpen und so alles. Deswegen brauche ich das Deck im Moment nicht oder eigentlich nicht mehr. Das würde halt wirklich, wie ihr seht, noch top erhalten. das Deck hier. Also wie gesagt würde ich traden. Tape ist drauf, FPS. So sieht das Shape aus. Ja. Und wird richtig gut erhalten. Also wie gesagt würde ich traden. Ähm. Ja. Also halt gegen ein anderes Deck oder sowas. Oder gegen, was weiß ich. Ja. Also die Voraussetzung ist halt wie der E-Sender zuerst. Und ja. Wenn ihr halt Interesse habt, schreibt mich an. Und dann können wir mal darüber reden. Also das, wie gesagt, das Bild gleich. Das Deck sieht so aus. Den Deckel kann ich abmachen. Oder wenn ihr wünscht auch das Tape. Aber das Tape ist noch sehr gut erhalten. Es ist wirklich sehr gutes FPS Tape. Ja. Und. Ja. Ich würde mich halt traden. Ist kein Problem. Ja. Danke fürs Zuschauen. Mal rein. Tschüss. Tschüss. Bis.